Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen in Teil 2 zu unserer Verarbeitung von Suppengemüse. Wir wollen ja Suppengemüse haltbar machen. Jetzt werden wir es zu einer Paste verarbeiten, die wir dann einkochen und wir werden es trocknen im Dürrobstautomat. Dazu müssen wir natürlich wieder unser Gemüse vorbereiten. Es ist ja schon alles gewaschen, wie ihr von Teil 1 wisst und jetzt müssen wir wieder schneiden. Ich schneide erstmal wieder das Hütchen vom Cholrabi ab, wie vorhin auch. Und dann überlege ich mir, was nehme ich für meine Paste. Also ich mache halbe halbe. Ich nehme die oberen Stücke für meine Paste, die kommt in eine Schüssel und die unteren, etwas festeren Stücke, die lege ich zum Trocknen auf mein Gitter für den Dürrobstautomaten. Die Schalen von unserem Cholrabi, die trocknen wir auch mit. Die kommen auch mit auf das Blech fürs Trocknen. Ich mache diese Schnego. Ich mache diese Schildern. Ihr müsst natürlich eure Schalen, die ihr dann trocknet, auch ein bisschen klein schneiden. Ich mache es meistens in so Streifen, wie ihr seht, damit es auch schön gleichmäßig alles trocknen kann, weil wir das dann, wenn es trocken ist, durchmessern bzw. durchmalen. Meine Lieben, wie ihr seht, habe ich mich heute für unseren Fleischwolf entschieden. Also wir müssen ja ein bisschen Energie sparen, wie ihr alle wisst. Deswegen habe ich den Fleischwolf aus Uromas Zeit, der ist schon über 100 Jahre alt, aus meinem Keller geholt und damit wollen wir heute unsere Gemüsepaste machen. Wenn ihr keinen Fleischwolf habt, ist auch nicht so schlimm, müsst es halt mit der Küchenmaschine oder mit dem Pürierstab zusammen mörsern. Wir brauchen, wie ihr seht, alles schön fein. Das leiern wir jetzt hier durch unser Alexanderwerk, damit wir eine schöne, feine Konsistenz kriegen. Das wollen wir ja nachher einkochen. Ganz wichtig, wenn ihr das da durchleiert, bevor ihr es durchleiert, schneidet ihr euer Gemüse so ein bisschen in grobe Würfel. So in ganze Stücke da rein geht nicht. So in grobe Würfel schneiden und dann reinwerfen und durchleiern. Oder wie gesagt, mit einer Küchenmaschine fein pürieren. Aufpassen, wenn ihr so einen Fleischwolf habt. Also mit den Fingern ein bisschen aufpassen. Keinen Finger reinstecken. Die gibt es auch als Aufsätze für Küchenmaschinen mittlerweile. Aber bei uns gibt es da hier noch Handarbeit. Auch die Karotten haben wir in so ein paar Stückchen geschnitten. Die gehen jetzt auch durch unseren Fleischwolf. So wie auch die Zwiebeln, der Knoblauch und die Kräuter. Schauen wir mal, unsere Schalen, unsere Abschnitte sind jetzt alle hier auf unserem Blech für unseren Trockenautomaten. Bei den Möhrenschalen, guckt mal, wie ihr seht, die werden so ein bisschen braun. Aber das ist jetzt nicht schlecht, sondern das kommt davon, dass wir die vollen mit einer Handbürste schön abgebürstet haben, weil ja der Dreck runter musste. Und dann wird natürlich die Schale, die Oberfläche verletzt und dann fängt die an, wenn Luft dran kommt, so ein bisschen braun zu werden. Also da müsst ihr euch jetzt echt keine Sorgen machen. Die kommen jetzt bei uns in den Trockner. Die genaue Temperatur und Trockenzeit findet ihr natürlich wieder bei uns im Anhang. Wenn ihr natürlich keinen Trockenautomat habt, so wie wir, dann könnt ihr aber trotzdem diese gekörnte Trockenbrühe herstellen. Und zwar rate ich euch, wenn ihr die machen wollt, im Backofen geht es wunderbar, müsst ihr aber die Karotten und die ganzen Produkte, die da sind, am besten ganz fein raspeln oder durch eine Küchenmaschine durchlassen, dass alles ziemlich gleich ist, weil sonst würden Teile davon im Backofen würden verbrennen und andere wären nicht durchaus, es muss wirklich trocken werden können. Aber dazu gibt es die Anleitung bzw. die Info hinten mit bei uns im Rezept. Wir haben dieses Jahr im März schon mal, wie ihr seht, steht das Datum drauf, eine Gemüsebrühe gemacht mit unserem Trockenautomaten. So, seht ihr das? Die ist wunderbar lecker. Da ist nichts weiter drin, außer Gemüse und ein bisschen Salz. Wir haben jetzt unser Gemüse durch unseren Fleischwolf gedreht, wie ihr seht. Ich nehme jetzt einfach von jedem Salz ein bisschen. Es ist ganz egal, was ihr für ein Salz nehmt. Ihr könnt normales Salz nehmen, ihr könnt mehr Salz nehmen, ihr könnt Kräutersalz nehmen. Das könnt ihr euch einfach frei raussuchen. Ich mische es jetzt einfach, dass ich hier einfach das Rest vom Normalen weg bekomme. Und den Rest fülle ich einfach mit meinem Selleriesalz auf. Schaut mal, jetzt ist schon hier in unserer Gemüsepaste, die wir jetzt natürlich noch einkochen, einbecken werden. Vom Salz, seht ihr das, hat sich schon hier Wasser gebildet. Also ihr wisst ja, Salz zieht Wasser. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen flüssiger. Das macht aber nichts. Genau soll das nämlich so sein. Okay, jetzt füllen wir unsere Paste in unsere Gläser. Heute habe ich mal keinen Messbecher, weil das geht mit dem Messbecher nicht so gut. Deswegen habe ich heute so einen Einfülltrichter. Jetzt füllen wir unsere Gläser erst alle voll. Dann wisst ihr ja, wichtig, Ränder schön sauber machen. Und dann drehen wir unseren Deckel auf. Unsere Gemüsepaste ist jetzt abgefüllt. Und ihr wisst ja, wichtig, schön die Ränder sauber machen. Geschirrtüchle nass machen und schön außen rum fahren. Das in der Rille, wenn wir unseren Deckel aufsetzen, nichts drinnen ist. Sonst kocht unser Glas nicht zu, sondern das geht dann wieder auf. Ich habe natürlich die Gläser, wie immer vorher, ausgekocht, steril gemacht, auch die Deckel. Jetzt drehe ich fest zu. Und dann kochen wir unsere Gläser 30 Minuten zu. Und dann hält diese Paste locker und leicht ein ganzes Jahr. Und ihr werdet sehen, die ist total lecker fürs Würzen, für Fleischgerichte, für Eiergerichte, für Suppen, für Soßen. Also wir nehmen die wirklich für alles. Da braucht ihr keine fertige Gewürzmischung mehr kaufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und viele liebe Grüße aus Franken.